So, es geht weiter mit Let's Play, Pons of Persien, The Warrior Within, und, ähm, ja, das ist der Turm, den wir in Gang setzen müssen. Und da müssen wir hin. Cool, ne? Ah, Sau. Zack, stirb. Stirb einfach, weil ich's möchte. Ah, stirb. Ah, geht doch. So. Ähm, jetzt kommen ja die auch noch hier. Fertig. Hallo. Hallöchen. Auch mal zuschlagen. Danke, blöde Kuh. Ja, super. Ganz großes Kinoprins. Eieieieie. Ach, stirb doch einfach, ey. Ähm, kann man das nicht drehen? Konnte 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 man das nicht drehen? So. Ich meine schon. Dann werden wir sehen, ob das stimmt oder nicht. Das ist eine Ehre für euch, durch mein Schwer zu sterben. Stierbe einfach. Ach, und jetzt gib dein scheiß Schwert her. Danke. Übrigens, diesen Trick macht man mit ... ... drüber springen und Kreisdrücken. Also als würde man eine Waffe aufheben. Ach, Prinz! Dreh die nochmal dahin! Nervig. Richtig dumm. Mein Prinz. Ne. Will er nicht da hoch? Prinz, 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 Prinz. Boah. Ne, sowieso falsch. Seh ich schon. Seh ich schon. Ist falsch, ist falsch, ist falsch. Jetzt ist es richtig. Na gut. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Du dummer Prinz, du... Du Sau. Bist doch auf meine Seite. Nun gut. Lasset uns das Ritz des Lösungs-Machen. Lösungs-Machen. Lösungs. Lösungs. Ähm... Wie... Muss ich den jetzt drehen, so? So, muss ich den drehen. Damit ich auch da hinten drauf kann. Zack. Damit ich hier drauf kann, genau. Zack. Wunderschön. Nun gut. Lasset uns weiter voranschreiten, mein Prinz. Hätte, hätte er nicht gepasst. In der letzten Folge. Ärgerlich. Wäre ärgerlich gewesen. Zack. Und zack. Und... Wir gehen aus dem Weg. Und hier rum. Und... Da hat er... Da. Lass doch mal los! Nein. Er hat zu viel gedrückt, weil er nicht loslassen wollte. Boah, du dumme Sau. So. So. Äh... Warum ist wieder eine Art-Walk-Truhe? Art-Walk. Mach auf, du kriegst. So. Und dann können wir hier drehen. Hier drehen. Ach. Hier drehen. Ah, danke. Juhu. Das Wasser-Ding ist fast in Gang gesetzt. Jetzt müssen wir nur noch... Ähm... Ähm... Ja, richtig drehen. Aber vorher holen wir uns mal noch... Ein Live-Upgrade. Und zwar da oben. Äh... Boah. Drehen, drehen, drehen. Zuizid. Zuizid, zuizid, zuizid. Gut. Ach, du Heilige. Zuizid. Zuizid, 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 zuizid. Na gut, geschafft. War doch nicht so schwer. Na, 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 na. Gut. Danke. Ihr erhaltet mehr Lebenskraft. Ja, kennen wir. Gut. Oh, wie ihr sehen könnt. Wir haben schon über die Hälfte der verfügbaren Lebensenergie, die wir kriegen können. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Er spricht. Gut. Das Wasser fließt wieder. Das bedeutet, wir können... ... wieder zurück. Zurück. Wir müssen den Weg nämlich zurückklettern. Nicht einfach runterfallen lassen, sonst brechen wir uns die Beine. Zack. Und so. Und jetzt müssen wir das drehen. Ähm... So nicht. So au... Ne, so... Doch, sieht gut aus. So ist gut. Oder? Ach, wenn nicht, dann beiß ich mir in den Arsch. Dann muss ich wieder hier hoch. He. So sieht gut aus. Ja, ja. Ist gut. Meine Freunde. Meine Freunde. Hallo. Hallo. Kämpfen will ich eigentlich nicht. Wie muss das denn jetzt? Das muss doch bleiben, ne? Meine schon. Oh Gott, ich hoffe das stimmt. Ungünstig. Zack. Und einfach fallen lassen. Das klappt. Natürlich. Zack, stirb. Side-Loop-Modus, warum auch immer. Stirb. Ach, jetzt geht doch einfach kaputt. Aggression. Zack. Stirb. Danke. Ah, ist euch eine Ehre, ne? Hoch. So ist nicht richtig. So... Auch nicht. Aber so ist richtig. So ist richtig. Ja. Es ist richtig. 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 Ja, gut. Da kommen wir eh nicht dran. Noch nicht. Oh, der erste Turm ist aktiviert. Man sieht ja und staunen. Cool, jo. Nun gut. Wir haben geschafft, was wir schaffen wollten. Ich drick's jetzt mal eben aus. Na toll, schmeiß es weg. Egal, ist nicht wichtig. Und, nun ja, dann müsste es jetzt eigentlich auf zum Uhrwerk gehen. Und da sehen wir im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss, Ikowski.